Heute erklären wir Ihnen die Ballautomatenfunktion der PCCaddy App. Mit dieser können Sie Ballpunkte erwerben und diese anschließend an einem unserer Ballautomaten einlösen. Um zu dieser Funktion zu gelangen, müssen Sie lediglich auf den Reiter Ballautomat drücken. Anschließend können Sie den nächstgelegenen Automaten auswählen, um sich Ihre Bälle ausgeben zu lassen. Um Ballpunkte aufzuladen, drücken Sie einfach auf den grün geschriebenen Schriftzug Karte aufladen. Danach können Sie den gewünschten Geldbetrag und das Zahlungsmittel Ihrer Wahl auswählen. Nach Abschluss der Transaktion erhalten Sie die Ballpunkte umgehend gutgeschrieben. Much of Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020